So, mein lieber Mathis. Lieber Mathis. Hallo Mathis, mein Lieber. Hallo Mathis. Ich fange jetzt einfach mal an, ich kann nicht die richtige Position mit dem Handy finden. Deswegen habe ich gedacht, ist völlig wurscht. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Du fehlst mir sehr, aber ich bin auch so froh, dass es dir so gut geht. Und das ist eigentlich das allerschönste Geschenk für mich, dass es dich gibt. Und ich freue mich so riesig, dass wir uns dieses Mal in deiner neuen, zweiten Heimat sehen und ich mir den ganzen Schaden mal angucken kann. Und ja, ich werde am Tag, an dem du jetzt auch dieses Video siehst, jetzt ist es ja noch zwei Wochen vorher ungefähr, werde ich ganz, ganz, ganz viel an dich denken und ich werde dir morgen auch ein kleines Päckchen schicken. Ich hoffe, dass das noch zu deinem Geburtstag ankommt, aber man weiß ja nie so genau, das ist auch eine Herausforderung für mich, weil ich muss das alles deklarieren, auf Englisch natürlich, was da drin ist. Und ja, und dann hoffe ich, dass das Paket dich erreicht. Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag und ja, wir sehen uns ganz bald und das wird bestimmt ganz, 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 ganz toll. Tschüss. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag, auf was du einen wundervollen Tag hast und richtig schön feierst mit deiner tollen Freundin Kate und vielleicht noch vielen ganz anderen Freunden und der Familie in Amerika. Und natürlich wünsche ich dir ein ganz tolles Jahr mit Gesundheit, Glück, Erfolg in deinem letzten Studienjahr und auch, dass es dir ganz, ganz gut geht. Und ja, manchmal vermisse ich dich ganz doll und ich liebe dich und ich freue mich aber ganz sehr daran, wenn ich merke, wie gut es dir geht und was du alles erlebst und das, ja, das macht mich auch glücklich. Mach's gut! So, das ist jetzt ungefähr Aufnahme Nummer 30. Mathis, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Das ist jetzt der 22. Geburtstag. Ab jetzt wird es rasant schnell gehen mit den nächsten Geburtstagen. Du musst dich nur noch einmal umschauen und dann bist du 30, so wie ich in zwei Jahren. Nee, also ich wünsche dir erstmal alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich vermisse dich unglaublich. Wir haben uns jetzt auch schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Du wirst immer reifer, immer erwachsener, du hast eine wundervolle Entwicklung hingelegt, du hast eine tolle Beziehung. Genau, und jetzt sehen wir uns auch bald wieder. Also wir haben jetzt gerade den 11. Juni. Also die Nachricht braucht bestimmt noch zehn Tage, bis sie bei dir ankommt. Aber genau, dann dauert es nicht mehr lange. Ich glaube irgendwie anderthalb Monate später können wir Mama und ich dich besuchen. Und wir freuen uns sehr auf die Tour, die wir zusammen machen durch die USA. Und jetzt will Louis dir auch noch einmal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Das hat ja super funktioniert und ich stoße nochmal auf dich an und dann, genau, mach dir einen schönen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, natürlich auch von meiner Seite. Ich denke ganz lieb an dich, fühle dich gedrückt. Ich wünsche dir viel Gesundheit, weiterhin alles Gute im Studium. Und dass du eine schöne Zeit in Amerika hast, auch an deinem Geburtstag. Ich finde die Idee total süß. Also auch ganz liebe Grüße an Kate. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Du bist hier immer herzlich gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiedersehen. War ja dann auch eine lange Zeit leider. Und ja, fühle dich ganz lieb gedrückt, mein Lieber. Und wir sehen uns, wir hören uns. Du kannst dich immer bei mir melden. Wir bleiben natürlich immer weiter in Kontakt. Und ja, mach dir einen schönen Tag. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Und bis dann, mein Lieber. Hi Mathis, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ganz viel Freude, ganz viel Spaß, ganz viel Gesundheit. Du weißt ja den Kram, den man immer so sagt an Geburtstagen. Das wünsche ich dir alles. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Dass du für immer gesund bleibst. Und wie du schon weißt, du bist mein bester Kumpel. Ich vermisse dich sehr. Ich bin sehr froh, dass sich unsere Lebenswege gekreuzt haben. Dass wir zusammen auf dieser Reise sind. Ob man sich mal öfter sieht oder mal weniger. Ist halt so, sind wir jetzt gewöhnt. Ich vermisse dich sehr doll. Ich freue mich auf die nächsten Jahrzehnte, die wir zusammen erleben werden. Und ja, ohne dich wäre mein Leben nicht so toll, wie es ist. Deswegen lass dich feiern an deinem Geburtstag. Hab einen schönen Tag. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, tschüss. Ja, es war Mathis. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag mit Kate und mit deinen Freunden. Oder mit wem auch immer. Ja, ich vermisse dich hier. Wir vermissen dich hier. Und ich wünsche dir natürlich, wir könnten mit einem Aperospritz einfach am Mering dann schön anstoßen. So ist es aber leider dieses Jahr nicht. Und es ist auch okay, weil es gibt es noch nächstes Jahr und ein übernächstes Jahr. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Mega doll auf dich dann im Januar. Und wünsche dir wirklich das Beste jetzt erstmal bis zu deinem Abschluss. Und genau. Have a nice day. And I love you. Bye bye. Mathis, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du genießt deinen ersten Geburtstag in Amerika und hast einen schönen Tag. Und ja, weiterhin viel, viel Spaß. Mathis, alles Gute zum Geburtstag. Und Joris hat mir auch geschrieben. Alles Gute. Mahn. Hallo Mathis, viele Grüße aus Essen. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Wir freuen uns, wenn du bald mal wieder in Berlin bist. Mit Kate natürlich. Und ja, ich hoffe, du feierst schön und dir geht's gut. Aber ich weiß ja nicht, was wir jetzt sagen sollen. Wir sagen jetzt einfach mal Happy Birthday. Nein, ach Zeug, alles Gute zum Geburtstag. Wir sagen einfach, ey Mathis, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Aber wenn wir einmal, wie wir sagen, ich filme schon, aber ich cutte das dann. Machen wir einmal so, dass wir jetzt einmal sagen, alles Gute. Und dann schicken wir unsere Videos, wo wir jetzt nicht nochmal alles Gute und sowas sagen müssen. Ich glaube, in meinem Extra-Video sage ich dann so von wegen so, ja, alles Gute haben wir schon gesagt. Also ich erkläre das so kurz bis hin. Ja, ne? Also ich werde nicht nochmal sagen, ey, alles Gute, sondern... Alles Gute.